Herzlich Willkommen zu einer brandneuen Folge. Folge von Minecraft. Ja, wir sind jetzt in der Welt wieder. Wir gehen vielleicht diese oder nächste Folge in Überlebensmodus. Erstmal holen wir den Tod hier. Nihil. Nihil Ich muss das noch mal sein Ich habe nichts mehr um Es ist ein Hecker Da muss ich das Vorauschen abbringen, nix rein Naja... Sieh ja wohl nicht viel Ah, das Erlagerung man sieht Das ist meine Nellesteel Ich werde das noch ein bisschen mehr Naja Ok lass aber nichts sagen, ist schon gut. Wie ihr seht habe ich mich schon ein bisschen ausgerüstet. Jetzt auch immer so. Ich glaube auch immer so. Warum ist das? Ich habe ein bisschen ausgerüstet. Jetzt gehen wir mal zum Ausgang, ob wir dann in den Überlebensmodus gehen, wollen wir das tut mir, es gibt noch keine Füße da oben Na ja, die Füße sind interessant Wusste ich, dass hier eins steht, was geht jetzt? Wann ist das hier? So, ich würde mal sagen, dass wir jetzt in den Überlebensmodus gehen. Genau, Abenteuer, aber ich weiß nicht, wieso ein Abteil so besonders sein soll, weil ich so besonders was geworden ist, dass er jetzt so skippt. Das war's für heute. ich bin schon hier 23 gar nicht gut geworden also nur was ich brauche nur eine wohnen ich meine gucke das ist doch mal wie er Hier ist der Ongleins, die sind mir auch gerade eben eingefangen. Ich komme auf ein Dach schnell. Ne, da ist kein Dach. Da ist ein Molso. Der ist sehr, ein Daniel. Neh 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 Da unten sind sie ja. So und so weiter, aber naja dann gleich wieder die Hälfte. Schaden ist doch auch normal. Na ja. Na ja. So ein Mensch ist hier. Okay. jetzt mein zimmer und jetzt aber nicht das mal reintun und mal das verschmelzen hab schon mal bisschen vorgemacht kurz her Und das wird das hier. Okay. Ich glaube das war's. Gold habe ich überhaupt nicht gemacht. Okay. Ich wollte mal sagen, dass wir uns in der nächsten Folge sehen in Minecraft. Also schau. Bis zur nächsten Folge von Minecraft. Ciao. 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 Ciao.